Da ich ein Programm mache mit den Flüchtlingen in Lesbos, war ich jetzt gerade vor 14 Tagen dort. Und es ist eigentlich toll, 100 Nationen in den Flüchtlingslagern, ein Kulturzentrum aufgebaut zu unterstützen, wo die Flüchtlinge aus ihren Lagern kommen, Sprachen lernen, Musik, Sport treiben. Das heißt, One Happy Family, ein tolles Projekt, das wir unterstützen nächste Woche wieder. Und das ist auch wie die Lernern, die lernen dann und geben das Lernern gleich weiter an die anderen mit aus anderen Kulturen. Das ist ein riesen Lernprozess, weil es nicht reicht, nur Essen, Schlafen und Trinken. Die Menschen haben eine Würde, sie brauchen die Kultur, die Musik hilft dazu, wir helfen mit, dass sie es weitergeben können. Aber wenn man die Leute auf dem Mittelmeer trifft, wir waren oft mit dem Boden draußen, die meisten kommen aus Kriegsgebieten. Das wird oft hier untersehen, Fluchtursache, Krieg gilt es zu überwinden. Afghanistan, Syrien, Irak, Jemen, dort kommen die meisten Menschen her, deswegen so viel, ein Flüchtlingsanstieg. 70 Millionen sind auf der Flucht, Hunger, Armut, Klima, Zerstörung. Und das hat viel mit uns zu tun. Wir sind hier umgeben von drei Botschaften. Und die Waffen kommen aus diesem Land, wenn ich überhaupt an die Vorgänge nach Saudi-Arabien denke. Heute müssten wir eigentlich demonstrieren vor der Saudi-Arabischen Botschaft. Da gehen Menschen in die Botschaft und kommen zerstückelt, gefoltert und ermordet heraus. Und die Bundesregierung gibt die Waffen an diese Länder. Und die Flüchtlinge, die dann ihre Länder verlassen müssen aufgrund Kriege, landen hier ausgegrenzt, diffamiert und werden abgeschoben. Deswegen gilt das nächste Lied, allen den Menschen, die gegen Krieg aufstehen. Theodorakis hat ein Lied geschrieben. Verflucht die Stunde, verdammter Augenblick, in dem die Menschen ihr Leben im Krieg verloren haben. Eine Klage einer Frau, die ihren Geliebten dort verloren hat. Deswegen plädieren wir für ein Menschenrecht auf Frieden. Und hier beginnt der Krieg durch die Waffenlieferung, Exporte, auch an Saudi-Arabien. Es ist eine Schande und hier müssen wir ein Ende setzen. Das ist eine Schande und hier müssen wir ein Ende setzen. Und hier müssen wir ein Ende setzen. Und hier möchte ich alles fest gerade schön. Ich glaube, wir sind die Verteisch geефlen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020